Und sie wächst wieder zu. Hallo Leute, hier ist wieder euer Gartolk. Willkommen zurück zur Let's Play. Und wir haben den nächsten Bereich freigespielt. Gott, wann sollen wir die alle machen? So. Wuhu. Yeah, unsere Schwester, Cousin, Cousine, Frau, Mensch. Ich hab die Kamera. Ist langsam Steinhaufen, aber scheiß drauf. Wir haben einen Bandana an. Also ist es nicht so schlimm. Und wir gehen in die Hauptstadt. Glaube ich. Nein, ich will auf die Weltkarte. Hier. Äh, wir sehen hier unten haben wir schon ein paar Gebiete frei. Hier haben wir fast alle bis auf diesen einen. Aber der ist mir jetzt mal Schnuppe. Ich würde die gerne eigentlich in richtiger Reihenfolge machen. Aber irgendwie hab ich so das Gefühl, da kommen wir hier an, bevor wir überhaupt alles haben. Das find ich nicht so gut. Ähm, aber ich geh jetzt einfach mal... Majukels Grotte. Das hört sich gut an. Da sollte ein Kind immer hingehen. Willkommen in Majukels Grotte. Hey, die Medusa. Hm. Hallo. Äh, wie war das nochmal mit der... Ah, hier, Star Vision. Ja, war ja klar. Hilfe! Hilfe! Sorgt dafür, dass die einsame Medusa einen Partner findet, damit sie uns in Ruhe lässt. Okay, die Medusa braucht einen Freund. So einen richtigen... Schadesten. Ach. Ich will immer Deutsch, äh, Englisch schreiben. Richtige Schlange. Hier. Eine Schlange. Frissi. Na gut, klemmen sie sich ja unter den Arm. Dann nehmen wir halt den... Nehmen wir die männliche Medusa. Mit Möpsen. Was ist das eigentlich? Gorgone. Ach, das... Oh! Ich kann Razor spielen. Wer ist Razor? Äh, wie macht man das noch? So, ne? Avatar auswählen. Ja. Wer zum Teufel ist Razor? Du bist nicht Razor? Du bist Razor. Du hast Bauhelm auf. Oh, wir nehmen den. Wir nehmen Flux. Flux to the rescue! I have Brille. Was willst du? Ich angere schon den ganzen Tag. Fang aber nicht. Ja, das liegt daran, dass hier keine Fische sind, du... Eumel. Eumel. Äh... 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 Ähm... Gibt's die? Natürlich gibt's die. Angel Nessie. Nicht? Dann reite ich jetzt auf Nessie. Wuhu! So, dann kriegst du einen... Untoten... Fisch. Äh, ja. Untot. Da. Nehmen. Take it. Äh... Ja. Dann... Eine Krabbe vielleicht? Mit Schere. Oh, okay. Los, Nessie. Weiter. Wir gehen zu ihm. Papiertil. Maske. Ich bin so hässlich für die Liebe. Da. Arme... Du. Hilf dem Mann! Los! Na gut. Damit er keine Angst hat. Jetzt hilf ihm. Oder muss ich ihm eine Frau geben. Da. Äh. Hier. Los. Küssen. 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 Ich kann ja auch Adjektive... Irgendwer hat mal gesagt, ich soll das hier öfters benutzen. Warum? Keine Ahnung. Ja. Okay. Ich weiß nie, wie man Chirurg schreibt. Ach, das geht. Alright. Gesammelt. Woohoo. Das hat ja zwei Frauen. Und ein Amor. Amor, du in den Mülleimer. Äh... Star Vision. Was, das schon? Ne, es gibt... Gibt's doch nur mehr. Hier gibt's doch... Deutsch. Oh. Moment. Komme ich da hoch? Äh... Mal sehen, ob man da hochkommt. Los. Ich bin James Bond. Nicht da. Ah, hier geht's doch hoch. Rotkäppchen. Ich brauche Vorräte für meine Großmutter. Alkohol gibt's wahrscheinlich nicht. Darf ich nicht eingeben. Äh... Schnaps gibt's auch nicht. Jetzt kriegst du nur eine Brun... Da. Hast du eine Tüte Chips. Das wird deiner Mutter sch... Äh... Deiner Großmutter schmecken. Hallo. Ich will mir von diesem Brunnen etwas wünschen. Na gut. Äh... Für einen Brunnen muss man natürlich Geld reinwerfen. Das heißt, du bekommst... Eine... Hey. Achso, ich kann keine Zahlen. Ähm... Unterschiedlicher, unerschütterlicher, unersetzlicher. Äh... Natürlich. Ich bin doch schon. Da. Mach was! Dann kriegst du einen Schatz hier hin. Wirf einen Diamant rein. Und du wünschst dir einen Regenbogenfarben des Einhorn. Äh... Frau! Frau! Why? Ich will dich hauen. Äh... Du schießt im Weg. Mein Haus sieht so langweilig aus. Also, ich könnte Farbe gebrauchen. Hm. Farbe. Schwarze Farbe. Äh... Mal zurück. Ja, das sieht definitiv gut aus. Etwas Farbe. Hilf dem Pionier mit dem Oregon Trail. Oregon Trail. Das war, glaube ich, ein Spiel mal. Hm. Hallo, Herdixer. Hilfe, Hilfe! Verleih mir einem Haus ein Adjektiv, um sie davon abzuhalten, das aufzufressen. Okay. Okay. Ein Adjektiv. Die Kinder fressen das Haus der Hexe. Ist auch gut. Was isst man denn nicht? Viele Dinge, die man nicht isst, aber... Ich bin immer so unkreativ bei solchen Sachen. Wahrscheinlich folgen mir morgen viele, viele Dinge an. Hat funktioniert. Ich wohne jetzt in einem giftigen Haus. Äh... Sieben von sieben. Das heißt, wir haben nur noch den Oregon Trail. Okay. Kein Problem. Ich habe einen Farbeimer. Damit er hilft es. Richtung Westen. Dieser Pilger geht Richtung Westen. Aber was ist mit seinem Beruf? Gib ihm ein Objekt, um ihn... äh... zu einem Bauern, Schreiner oder Bankier zu machen. Äh... Da hast du eine riesige Säge. Los! Minoxil ist ein Typhus gestorben. Und er schafft ein Tier, um es zu ersetzen. Na gut. Los! Zieh! Das ist wie in den Geschichtsbüchern. Mein Essen wird knapp und ich weiß nicht... wie man jagt. Da schaffe ich jemanden, der mir beibringen kann. Ähm... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich habe es erschaffen. Hm. Keine Ahnung, was das ist. Äh... Van Helsing können die ja wohl dich jagen. Ähm... kriegst du natürlich ein... Da ein faulender Jäger. Hier. Ich habe ihm gerade Mathe beigebracht. Okay. Ich habe Ende des Pegels geschafft. Erschaffe jetzt ein Heim für mich. Okay. Äh... Du kriegst ein Kino. Hier ist ein Kino. War das in Ordnung? Hier vielleicht das Kino. Das Kino war richtig. Das Kino. Das Heim für jeden. Stellen wir da oben hin. So. Also genau so war die Pilgerreise. Genau so. Könnt ihr in jedem Geschichtsbuch nachlesen. Geh zu Lily. Na gut, geh ich zu Lily. Hallo, Lily. Ich habe hier einen Stern für dich. Ich habe ihn Mario geklaut. Ja. Wir sammeln aber jedes Mal Styroids. Wieso wird sie dann... Märchen, die sollen wir sammeln, damit sie... ...durchkommt. Hornschloss. Schloss. Graf Gänsefüßchens Schloss.